Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Alice 19 auf der Hot Online Farm. So, ich habe mir jetzt überlegt nach der gestrigen Folge oder nach der gestrigen Folge, in der ich im Offener weitergemacht habe mit dem Tüften. Ich kaufe mir ein Fass und schmeiße ein bisschen Öle oder Gärreste aufs Feld. Gehen wir hier in den Shop. Gehen wir hier hin. Kaufe uns das hier. So. Auch Farbe machen. Zack. Gühlebraun. So, Gühleausbringer. Und machen wir die Kales Weiß. So. Kostet uns 17,1. Äh, 17,1. Und ich sehe auch noch so. Jups, 17,1 kostet uns das das. So. Und das kaufen wir. So. In der Zwischenzeit wird das andere hier oben über CP arbeiten. Solange da oben keine Meldung erscheint, muss ich erstmal nicht eingreifen. Das ist mir ganz gut. So. 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 So, jetzt sind wir oben. Ich krabbel die Nase, den Schnips macht er dahinter, ja. So, da fahren wir erstmal zum Händler, in aller Ruhe und Gelassenheit. Ich muss eingreifen, ganz kurz. Das ist schon in jedem Kondition fällt ein Denden ab. Na, ist er denn jetzt, ja. Abfahrer entlassen. Abfahrer einstellen. Abfahrer, das ist ja auch. Abfahrer, das muss ich jetzt nicht auf den Spurs gehen. Die Autos, das muss ich jetzt nicht auf den Spur aussehen. Manchmal hat man es nicht leicht mit den Dingern. Umso wenn die zum Ende abgetankt werden bleibt erstmal stecken. So die Mission dauert auch noch ganze Stücke. Am letzten gucken waren das 4 Stunden was der für das Ding braucht. Gerade mal jetzt schon davor. 4 Stunden ist schon eine gute Woche was die Mission läuft. Ich versuche es schon so viel wie möglich im Off zu machen. Damit ihr den ganzen Spaß da hinten unbedingt ansehen müsst euch. Darum lassen wir sich jetzt ein bisschen werkeln. Und holen uns jetzt unser Güllefass. So. 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 das sind wir wieder. So. 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 geht´s hier wieder Soodily. Das ist ja eigentlich egal, wie die Rumpen wir fahren, weil Plätze haben auf beiden Seiten. So, jetzt kommt es wieder auf den Rumpen. Soodeli! Upsal! Was ist denn jetzt los? Das ist immer schon gar nicht in der Kurve. So, die Gummi. Oh, das hat doch schon wieder durchgehend die Reifen. Wieso blöde an der Stelle hab ich das oder was? Kümmer mich gleich drum ein. Moment, ich hoffe ich mal ne freie Stelle wo ich das Ding hier mal an den Rand schmeißen kann. Jedes Mal hier und dann hier erwischt an der Stelle. Jetzt schau mal auf! Du Applicest in der Mitte, er läuft in der Mitte. Okay! Pulsier, ich den Scheiße unter den Schlag gateway. Tada. Ich gehe mal ein Ding, die Brüder auf die Mutter. Dann öhre und dann mit dem Brüder an. Dann gehen wir wieder ruhig an. Dann schlafen noch nicht. Dann gehen wir gerne nach die Brüder. Da muss man vielleicht umgehen. Trasche anhalten, so. Jetzt geht es hier weiter. Gucken wir mal ob der Rest reichen um mein Feld zu düngen, weil so groß ist es eigentlich nicht. 10.000€ verballert. Die Helfer. Sehe ich jetzt erst, ob das überhaupt noch lohnt. Ich glaube ich werde gleich auf Auto. Den Helfer raus und ein bisschen abfacher als Dings lassen. 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€ 11.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€ So, Ich kann die Auto mal nicht aufladen hier, fülle die Gerät zuerst auf und mache mich nie unglücklich hier. Ich kann die Auto mal nicht aufladen hier, fülle die Gerät zuerst auf. Und fülle den der in den Öffel. Und fülle die Gerät zuerst auf. 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 Divers ist da irgendwas drinnen. Ja. Hm. Gede Fässer. Plus das Hochzeug. Steht da wohl nicht dabei. Das ist immer nur die Mini-BGR. Hm. Mini-BGR hier. Tiles. Ventilizer. Steht wohl nix. Divers ist nix. Ja. Wo hat Tools? Sind da große Vorzellen dabei? Sind null Vorzellen bis jetzt dabei? Ja. Wir haben auch gerade Vorzellen, aber nicht das, was ich suche. Das sind Vorzeichen. Wollen wir schon genau so wie das. Brauchst du so eine Wechselbrücke oder was? Boah. Kostet das total schon alleine hier. So eine 25.000. Und dann können wir die Zubringer nach der Brücke. Und dann können wir die Zubringer nach der Brücke. Und dann können wir mal vorstellen wie das nur mit dem Zeug geht. Oh man. Und dann können wir die Zubringer rein. So. Brauche ich mal Kohli dafür. Das heißt. Komm ich mal zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne den Däumchen da. Denn ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt euer Jaso. Bis jetzt. Das heißt,